So, in diesem Video werde ich dir heute mal drei Punkte mitgeben, die wirklich, ich sehe es jeden Tag, jeden Tag bei Menschen, woran Online-Shops einfach scheitern, warum Menschen immer wieder aufgeben, sich den eigenen Online-Shop aufzubauen. Und diese drei Punkte sind massiv und ich sehe sie täglich. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Bastian, sehr wahrscheinlich kennst du mich auch schon. Einer der bekanntesten E-Commerce und Pinder-Demand-Coaches im kompletten deutschsprachigen Raum. Und wie gesagt, die drei Punkte, die ich dir heute mitgebe, tu mir und tu vor allem auch dir diesem Gefallen, ändere sie. Wenn du einer von diesen drei Punkten bist, ändere es oder mach es niemals, damit du wirklich auch Erfolg mit deinem Online-Shop hast und wirklich jetzt auch schaffst, dir mit deinem eigenen Online-Shop deine eigene Unabhängigkeit, deine finanzielle, deine örtliche und seine zeitliche Unabhängigkeit aufzubauen, weil das ist der Grund, warum die meisten, und damals bin auch ich so gestartet, sich den eigenen Online-Shop aufbauen. Und ganz wichtig, wenn du in Zukunft auch mehr von diesen Videos generell sehen möchtest, das heißt, wie kann ich Online-Geld verdienen, wie kann ich mir ein eigenes E-Commerce-Business aufbauen, wie kann ich komplett finanziell unabhängig und frei werden, dann jetzt einfach hier an dieser Stelle unter dem Video kurz den Like-Button drücken. Und wenn du vor allem aber auch sehen willst, bevor wir jetzt ins Thema reingehen, was unsere Teilnehmer tatsächlich live umsetzen, live Ergebnisse, Umsätze, Gewinne, Einnahmen, dann guckst du einfach mal bei mir auf Instagram, falls du mich nicht sowieso schon abonniert hast, und guckst dir diese Ergebnisse an, denn die poste ich jeden bis jeden zweiten Tag. So, und jetzt aber wirklich ins Thema. Punkt 1, und das ist so massiv, das ist so massiv, ist das, ich nenne es immer das sogenannte Probier-Mindset. Ja, also eigentlich will ich schon an meiner Situation was verändern, eigentlich bin ich in meinem Job komplett unglücklich, also eigentlich will ich schon mehr Einkommen und eigentlich will ich finanziell unabhängig und frei sein und eigentlich will ich ja schon mal endlich eine Weltreise machen und so weiter. Ja, das sind die Menschen, die immer ganz große Träume haben, das ist gut, denn damit beginnt auch die Unternehmerreise normalerweise. Und dann kommt aber ein Online-Shop, ich will nur nicht so viel Geld da rein investieren, auch in Mentoring und Coaching und so, ich will es erstmal ausprobieren. Und wenn ich dann sehe, dass es richtig läuft, ja dann investiere ich natürlich mehr. Und das ist der größte Bullshit, den es überhaupt gibt, die Probierer. Warum? Das ist wie wenn du sagst, also ich gehe dann ins Fitnessstudio, wenn ich schon Muskeln habe. What? Absoluter Bullshit. Du musst natürlich erstmal trainieren, um Muskeln zu bekommen. Und genauso ist es ja auch so, wenn du dir einen eigenen Online-Shop, eine eigene Marke, eine eigene Brand und eine eigene Unabhängigkeit aufbaust. Du musst doch natürlich erstmal Kapital und Zeit und Fleiß investieren, damit dieses Business läuft, damit du dann auch die Früchte ernten kannst. Du kannst nicht erst investieren, wenn du schon Geld verdienst. Das ist wie wenn du sagst, ich kaufe mir eine Immobilie oder ich bezahle die Immobilie, erst dann, wenn ich schon Mieteinnahmen habe. Das ist alles absoluter Bullshit. Also diese Probiermentalität, das sind genau die Leute, die nach drei oder fünf oder zehn Jahren immer noch genau an der Stelle sind, wo sie auch damals schon waren, weil sie entweder Sachen nie richtig umgesetzt haben, weil sie immer nur probiert haben, aber nie sich wirklich ein Ziel gesetzt haben und eine Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, okay, für mich gibt es jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten nur noch diesen einen Weg. Ich suche mir einen Mentor, mit dem gehe ich Hand in Hand, Schulter an Schulter und baue mir das Ganze auf. Einfach dieser Fokus, diese Zielorientierung. Menschen, die keine Entscheidungen treffen. Vielleicht gehörst du dazu, vielleicht auch nicht. Frag dich selbst. Die stehen nach drei, fünf Jahren noch genau an derselben Stelle, wo sie damals waren. Frag dich an der Stelle einfach mal selber, wie lange denkst du schon drüber nach, dir was Eigenes aufzubauen? Egal, ob es jetzt wirklich eine komplette Selbstständigkeit ist, ein zweites Standbein, aber wirklich dir was aufzubauen. Aber du merkst, scheiße, ich habe das eigentlich schon seit zwei, drei, vier Jahren im Kopf. Und ich stehe aber immer noch da, wo ich damals stand. Dann kannst du dich fragen, warum ist das so? Habe ich noch keine Entscheidung getroffen? Ja, wahrscheinlich nicht, weil du schiebst es vor dir her. Und damit hast du dir selber gerade schon bewiesen, dass der Grund dafür, dass du noch nicht vorwärts gekommen bist, der ist, dass du keine Entscheidung getroffen hast. Und das machen dann meistens auch die, die sagen, ja, und jetzt probiere ich es mal aus. Diejenigen, die eine Entscheidung getroffen haben, die ganz genau in ihrem Kopf schon sehen, was ihr Ziel ist, die jetzt im Endeffekt schon das Meerwasser riechen können in ihrem Kopf, was sie riechen werden, wenn sie eine Weltreise machen, wenn sie am Meer sind, wenn sie am Strand arbeiten, wenn sie die Sonne genießen, wenn sie den weißen Sandstrand unter ihren Füßen genießen. Und das jeden Tag. Denn die Leute, die können plötzlich dort arbeiten, wie als E-Commercler, wo andere Urlaub machen. Wir können auf dem Boot arbeiten, wir können am Strand arbeiten, können zu Hause bei unseren Kids arbeiten, überall, wo du willst. Und jeder, der sich dafür entschlossen hat, bei mir war es zum Beispiel damals so, als ich angestellt war, für mich war es kein Teil meiner Realität mehr, dass ich in diesem Job drin bleibe. Für mich war es kein Teil meiner Realität, dass ich mein Leben lang für jemand anderen verschwende. Und das ist so. Denn eins verschwendest du immer, das ist deine Lebenszeit. Und das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben hast. Alles kommt wieder. Geld, wir haben Millionen, wir haben Milliarden. Du kannst jeden Tag Kohle ohne Ende machen. Aber was kommt nie mehr? Das ist deine Lebenszeit. Die vergeht. Und irgendwann bist du mit 70, 80 oder 90 auf dem Sterbebett und merkst, krass, ich habe seitdem ich irgendwie 16, 18 oder 20 war, seit ich studiert habe und in der Ausbildung gemacht habe, war ich danach in irgendeinem Job drin, bis ich irgendwann in Rente gegangen bin und habe eigentlich mein Leben lang nichts anderes gemacht, außer gearbeitet. Weil du hast ja de facto im Jahr nicht mehr als ungefähr 5 bis 6 Wochen Urlaub. Das ist so. In jedem Job in Deutschland, in Österreich, wahrscheinlich auch in der Schweiz, ist das so. Du hast dein ganzes Leben lang nur gearbeitet. Du hattest keine Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, außer vielleicht 5 oder 6 Wochen Urlaub im Jahr, was du nutzt, um irgendwie wieder klar zu kommen, ein bisschen zu regenerieren und so weiter. Aber die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, Weltreise, Zeit für dich, Traumhaus, Ferienhaus, schönes Auto, deinen Eltern was zurückgeben können, deinen Kindern was leisten können, deinem Partner oder deiner Partnerin das leisten zu können, was dir und was euch wirklich zusteht, das bleibt den meisten Menschen verwehrt. Aber genau aus diesem Grund, weil sie keine Entscheidung getroffen haben. Denn wenn du dir auch unsere Erfolgsinterviews auf hookconsulting.de anschaust, dann siehst du dort einfach einige Leute als Beispiele, damit du nicht nur mir glauben musst, sondern wirklich auch unsere Teilnehmer siehst, die sich ihre komplette finanzielle Unabhängigkeit aufgebaut haben. Das heißt, ich spreche nicht davon, dass du 100 oder 200 Euro im Monat nebenbei machst, sondern dass du so viel Geld hast, dass du komplett sorglos leben kannst. Und wie viele unserer Teilnehmer jetzt einfach eine Weltreise machen. Das ist das, was Spaß macht. Und deswegen mach nicht diesen Fehler, so ein Probiermindset zu haben oder einfach keine Entscheidungen zu treffen. Und genauso Punkt 2, ich habe dir gesagt, drei Punkte erzähle ich dir. Punkt 2 ist auch ein Fehler, den so viele am Anfang machen. Ich kann ihn teilweise verstehen, aber wenn du gerade auf so einem Channel wie bei mir bist, dann kann ich es nicht mehr verstehen. Du hast Leute, die denken, ja, Basti, ich muss kein Geld investieren, ich schaffe das schon mit YouTube-Videos. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Denn frag dich doch einfach mal, wenn du das Wissen hättest, guck dir mal übrigens auch Statistiken bei Statista an. Vielleicht lasse ich dir jetzt eine einblenden oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich eine passende finde. Ich habe das damals vor, ich glaube vor sechs oder neun Monaten war das, hatte ich es in der Instagram-Story gepostet. 0,3 bis 0,5 Prozent der Bevölkerung verdienen im Monat mehr als 7000 Euro netto. Wir haben Teilnehmer mit dabei, alleine Daniel, den siehst du auf FUG Consulting, der hat im Monat über 30.000 Euro gemacht. Einkommen, Gewinn, nicht irgendwie Umsatz. Okay? Masterclass-Teilnehmer. Und das ist doch das, was dein Leben auch wirklich verändert. Und glaubst du, wenn du das Wissen hast, wie du anderen Menschen beibringen kannst, wie sie 30.000 Euro im Monat verdienen, was 360.000 Euro im ganzen Jahr sind hochgerechnet, würdest du so ein Wissen kostenlos auf YouTube zur Verfügung stellen? Natürlich nicht. Und wer das glaubt, der ist einfach nicht sonderlich intelligent oder komplett naiv. Und dann zu denken, ja, ich probiere es mal mit kostenlosen YouTube-Videos, das wird schon funktionieren. Das Einzige, was funktioniert ist, dass du Jahre an Zeit verlieren wirst und Tausende an Euros an Geld, weil du so eine Anleitung, wie du es zum Beispiel bei uns in der Masterclass drin hast, dort niemals finden wirst. Niemals, es geht gar nicht. Ich wäre dumm, wenn ich dieses Wissen kostenlos zur Verfügung stellen würde. Absoluter Bullshit. So. Und Punkt 3, warum viele scheitern, das ist dann wirklich auch ein Punkt, der mir tatsächlich leid tut, das sind Leute, die haben eine Entscheidung getroffen. Die haben eine Entscheidung getroffen, ich verändere mein Leben und die haben auch gemerkt, scheiße, mit kostenlosen YouTube-Videos wird das nichts und die sind schon in Coaching reingegangen und sind dann aber in irgendein Coaching reingegangen, wo sie sich irgendein Bullshit haben verkaufen lassen. Klassische China-Dropshipping-Agenturen zum Beispiel. China-Dropshipping, also ich sage immer, alles, was es auf der Welt gibt, hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, aber China-Dropshipping ist ein Modell, was für mich definitiv keine Daseinsberechtigung hat und diese Agenturen, die immer ganz groß Werbung machen, machen mit allen Werbung, aber komischerweise nicht mit Erfolgen ihrer Teilnehmer. Und wenn, dann kommen plötzlich irgendwelche Werbungen, hey, mal 10.000 Euro Umsatz, nachdem der Teilnehmer 10 Monate bei uns dabei war und ihr merkt, ihr müsst lachen, denn allein diese 10.000 Euro haben bei uns zig Leute nach 4 bis 8 Wochen. Wir gehen jetzt gar nicht auf die Teilnehmer ein, die nach wenigen Monaten über 100.000 Euro im Monat haben. Das sind richtige Ergebnisse. Und wenn du natürlich China-Dropshipping machst und das wird den Leuten dann auch noch gut verkauft, was natürlich absoluter Quatsch ist, dann hast du einfach Produkte mit einer beschissenen Lieferzeit, 0815 Produkte, die jeder andere auch verkauft, die meistens in irgendwelchen Verpackungen ankommen. Wenn du die aufmachst, dann riecht das schon nach China und da denkst du, du kannst dir irgendwas aufbauen, natürlich nicht. Das heißt, dieser dritte Punkt, die Leute haben den Fehler gemacht oder das Gute war, wie gesagt, die haben sich entschieden, ich ändere was und haben sich dann doch irgendein bescheuertes Marketing, was leider Gottes manchmal gut klingt da draußen, in irgendein Coaching reinreden lassen, was die als Anfänger vielleicht gar nicht mal wussten konnten, dass es niemals funktionieren wird. Und daran scheitern natürlich auch viele. Ist auf der anderen Seite wieder gut für mich oder für uns, weil ich habe extrem viele Teilnehmer, die vorher in Coachings, gefühlt aus dem kompletten Dachraum, was es da gibt, auf die Nase gefallen sind und dann zu uns gekommen sind, angefangen haben, Gas gegeben haben und jetzt happy sind. Naja, das heißt, ich könnte sogar dankbar sein, weil diese Leute fast wie eine Art Marketing für mich sind, weil sie fallen da auf die Schnauze und holen sich dann woanders Hilfe. Vorausgesetzt natürlich, sie sind nicht so auf die Schnauze gefallen, das kann natürlich auch passieren, wie die Leute, die versuchen, sich was mit YouTube-Videos aufzubauen, die probieren und probieren und probieren und scheitern halt kläglich und immer wieder, immer wieder und denken sich dann, okay, Online-Handel, E-Commerce, Online-Shops funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Das ist natürlich Quatsch. Du hattest halt nur noch nie einen richtigen Mentor und ein richtiges Coaching mit nachweislichen Ergebnissen, die halt auch wirklich funktionieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich will nicht zu denen gehören, die scheitern, ich habe auch verstanden, dass es nicht mit YouTube funktioniert, weil es absolut logisch ist und du hast auch verstanden, dass du einen richtigen Mentor brauchst und wenn du wirklich, aber wirklich, und das meine ich auch so, wenn du wirklich was verändern willst, nicht nur 200, 300 Euro im Monat nebenbei verdienen, sondern wenn du dir eine eigene Brand aufbauen willst, eine eigene Marke, die dich komplett finanziell frei macht, die dich finanziell sorglos macht, wo du arbeiten kannst, wo du möchtest, wann du möchtest, wie du möchtest, Zeit mit den Dingen verbringen kannst, die dir wirklich wichtig sind, dir die Dinge leisten kannst, die dir wirklich wichtig sind, dann hast du jetzt hier unter dem Video den Link zum kostenlosen Erstgespräch mit mir, beziehungsweise zu unserer Hook Consulting Startseite, dort kannst du dich eintragen, dann lernen wir uns erstmal gegenseitig kennen, schauen wir, ob wir ein guter Match sind und wenn ja, dann geben wir Gas und bauen genau das gleiche auch für dich auf. Ansonsten, wie gesagt, kannst du gerne auch bei Instagram vorbeigucken, dort siehst du jeden bis jeden zweiten Tag unsere Live-Ergebnisse, wenn du unsere Fragen hast, schreib mir dort gerne einfach persönlich, ansonsten hau es auch hier unter dem Video in die Kommentare, auch wenn du irgendwelche Video-Wünsche hast, ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like und ansonsten bis zum nächsten Mal, dein Bastian.